Hey Leute, was geht's? Willkommen zu unserem Video und zwar geht's heute um den Erfolg Bila Excelli. Wir müssen für den Erfolg auf der Karte Haus, der Familie, egal ob Tag- oder Nachtvariante, einmal entkommen. Das Ganze müssen wir allerdings so machen, dass wir einmal vorher durch ein Fenster springen und wir müssen an einer bestimmten Stelle entkommen. Das werde ich euch jetzt beides hier im Video zeigen. Ich rate euch auf jeden Fall auch ein Heilflashchen mitzunehmen, da wir, wenn wir jetzt gleich aus dem Fenster springen werden, relativ viel Schaden bekommen werden. Es gibt insgesamt zwei Fenster, wo wir rausspringen können. Ihr könnt beide für den Erfolg theoretisch benutzen. Allerdings rate ich euch am besten, dieses Fenster hier in dem Raum zu nehmen, da wir nämlich hier von diesem Fenster aus betrachtet näher bei dem Ausgang sind. Dann sprintet ihr einfach einmal auf das Fenster zu, drückt euren Bestätigungsbutton und wie ihr hier sehen konntet, wir haben relativ viel Schaden bekommen. Deswegen guckt am besten, dass ihr auch wirklich genug Leben habt, da ihr ansonsten nämlich zu Boden gehen könnt. Hier, wo ich aktuell hinschaue, da oben an diesem Zaun, könnte sich ein Generator befinden. Ist er da nicht? Ist er bei mir bis jetzt immer hier unten bei dem Hütchen gewesen? Also ich kenne aktuell nur zwei Spots, wo er eventuell sein kann. Falls ihr es noch einen Treppen geben solltet, dann schaut einfach von diesem Ausgang oben, ob ihr so ein Kabel findet und folgt dann einfach nur diesem Kabel, denn das Kabel führt nämlich immer zu diesem Generator. Was wir jetzt machen werden ist, wir gehen einmal zu dem Generator, dann halten wir unseren Aktivierungsbutton gedrückt. Das braucht noch ein Weilchen, bis er dann deaktiviert ist. Und sobald er deaktiviert ist, müssen wir letztendlich nur noch aus diesem Ausgang entkommen. Schaut also von daher auch auf jeden Fall, dass am besten natürlich keine Gegner hier in der Nähe sind. Ich weiß, es ist natürlich immer schwer zu beeinflussen, aber dennoch ist es sehr wichtig, danach zu schauen, denn die Gegner können diesen Ausgang nämlich wieder verschließen, also beziehungsweise diesen Generator wieder aktivieren. Deswegen müsst ihr da so ein bisschen Acht geben. Es ist auch komplett egal, ob ihr diesen Generator deaktiviert oder ein Teammate von euch. Das spielt keine Rolle. Wichtig wird nur sein, dass ihr aus dem Fenster springt und dass ihr halt eben auch dann, ja, letztendlich aus diesem Ausgang entkommt. Und ja, das soll es im Großen und Ganzen mit dem Video gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich würde sagen, man hört sich. Tschüss, tschüss.